Mein Po. Mein Po will es immer richten. Das Timing, ey. Alles in Ordnung, hab ich da alles gemacht. Alpha! Alpha Gans! Alpha Gans! Alpha Gans! Juhu! Okay. Jupp. Ja, Entschuldigung. Ah! Die Timing! Oh Gott. Das war schon schwierig. Du schaffst das. Eins, zwei, drei. Ah! Ah, der Typ, ne? Ich bin empört. Ich bin wirklich sehr empört. Was? Ich weiß nicht, was diese Frau hat. Ist besoffen. Ja. Ja. Oh, du! Oh! Oh! Oho, oh, 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 oh. Vinteil der Gussklem, benimm ich mich so komisch. Entschuldigung. Niech Entschuldigung! Guck dir, Entschuldigung. Gah! Das kann's doch nicht sein! Du bist so doof, ich hasse dich! Quack, 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 quack! So, hab erstmal einen schönen Schiss hier gelassen. Schönen Ganschiss. Was? Wupp, wupp. Achso. Das spielt Scheiße. Sonst muss ich gleich wieder verschnellern. Ihr wisst, was das bedeutet? Ich hab gedrückt, ohne Scheiß. Okay, also ab jetzt, jetzt reicht's mir. Ich verschneller jetzt. Bis gleich. Ist ja spannend. Bis gleich. Ich liebe dich. Bis gleich. Sonst geht's. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Das ist gar nicht so sneaky, wie ich das jetzt versucht habe, weil eigentlich würde ich denken, während er sich gerade versucht hinzusetzen, da guckt er ja gar nicht mehr nach hinten. Aber du musst es halt vorher tatsächlich machen. Also das Timing ist ja auf jeden Fall echt krass. Aber ich mache jetzt ein Tor. Ich mache ein Tor. Geh noch mehr vor. Hurra! Agabra Kadabra. Juhu. Gut. Tor machen wird jetzt sehr witzig werden, weil wir müssen den Ball wirklich... Übrigens, ich weiß, ich habe mal die Gunst der Stunde genutzt und geguckt, wie wir dieses andere machen. Hier, dieses hier. Mit dem... Bringen wir jemanden aus einem anderen Bereich der Hauptstraße dazu, etwas zurückzukaufen. Äh, stimmt. Das hatte ich gerade schon nachgeguckt. Das hatte ich gerade schon nachgeguckt. Warte mal, jetzt gerade habe ich das mit dem alten Mann... Ah, hier. Deswegen hatte ich nochmal geguckt. Ähm. Kannst du ja zurücksetzen, um das zu... Um das zu probieren. Ich... Also eigentlich... Oh Gott, ey. Das ist eigentlich überhaupt gar nicht meins. Vor allem dieses Level da wird so schwer... So schwer werden. Was mache ich da? Ne, warte mal. Ist richtig. Hä? Wo muss ich denn hin? Ja, ja. Ja. Untitled Goose Game. Weißt du was? Hä? Wenn wir auch schon mal dabei sind, mache ich das doch direkt jetzt mal. Das hier müssen wir nämlich nehmen. Ja! Folgen Sie mir, Sir! Sir, folgen Sie mir. Ist wirklich sehr wichtig. Bitte folgen Sie mir, Sir. Ja? Oh. Oh! Der ist aber ganz schön schnell, ne? Scheiße. Lauf doch! Warum läuft die nicht? Oder er. Nein, mein ganzes ist ein Er. Äh, läuft die doch. Guck mal, was der gemacht hat. Der hat einfach geklaut. Okay, vielleicht jetzt. Oh ja, jetzt. Jetzt. Jetzt geht's los. So, aber willst du das nicht zurückholfen? Lieber, lieber Sir Herr. Scheiße. Hat nicht so gut geklappt. Das ist er gar nicht. Ah! Scheiße. Schitteru! Wo bist du? Scheiße. Das ist nicht... Oh nein. Oh nein, bitte sagt jetzt nicht, dass das... Hey, 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 hey. Komm mit. Komm mit, komm mit. Hey, 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 hey. Komm mit. Nee, 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 komm mit. Okay, weißt du was? Nee, warte. Nimm ich was anderes. Wie findest du deinen Hammer? Guck mal, so eine Frage. Wie findest du den? Also hängst du wirklich sehr an dem? An deinem... Warte mal, den soll ich vielleicht auch nicht. So, was hältst du eigentlich von diesen Stiefeln? Ach, scheiße. Ist auch... Okay. Was hältst du von dieser Marmelade? Oh, zu nah, zu nah. Zu nah. Okay. Alles gut, ich hole mir die Marmelade einfach wieder. Boah, ist ganz schön schwierig. Oh. Koste, da macht Koste, da macht der Mann. Der Mann hat einfach geklaut. Jetzt gibt's Beef. Entschuldigung, könnten Sie das mal bitte hier nicht aus meinem Laden klauen? Oh, die ganze... Ja, hier, doch. Das ist in meinem Laden gewesen. Die alter... Die alter Pupa. Ja, hier hab ich doch hier Geld. So, okay. Okay, das hätten wir erledigt. Das ist gar nicht mal so einfach. Scheiße. Scheiße, das ist ganz schön schwer. Gut. Es ist halt auch, du knobelst ja ewig an solchen Sachen. Das ist im Let's Play, das ist immer aber doof. Ne? So, ich muss mal ganz kurz jetzt... So. Oh Gott. Okay, ich muss... Ich muss das... Ich muss hier rüber. Das darf definitiv nicht in Richtung des Ladens. Ne, Dribbelkönig. Jawohl. Hier. Ne. Warte mal, warte mal. So. Wollen wir gar nicht damit anfangen? Das ist mein Fußball. Ich guck den genau an. Das ist mein Fußball. Warte. Scheiße, komm ich jetzt hoch mit dem Ding. Ja. Oh Gott. Ja, so. Haha. Flanke. Abseits. Jawohl. Fußball und so. Ja. Man nimmt mich auch ganz Matthäus. Ganz Völler. Juhu. Okay, ich hänge in den 90ern. Entschuldigung. Ich bin alt. Boah, das wird jetzt gar nicht richtig geil werden. Oh Gott, ist das schwierig. Das ist so schwierig. Oh, die Bürste ist auch noch da. Guten Tag. Herr oder Frau Bürste. Muss mal ganz kurz da durch. Oh, das ist doof, ich den nicht sehe. Okay. Warte. Nein, 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 nein. Nein. Oh. Nein. Oh, nein, 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 nein. Warte, warte. Wir haben es gleich. Wir haben es gleich. Alles gut. Ist nur eine Gans, die Fußball spielt. Und ja, ich spiele dieses Spiel. Ich tue es. Ich spiele dieses Spiel, in dem man ganz Fußball spielt. Folge 1000 Millionen. Oh Gott, ich kenne mich schon. Ich mache bestimmt auch noch die anderen Sachen. Oh, ich hasse mich jetzt schon, ey. Das hast du ganz toll gemacht, aber das solltest du nicht machen. So. Nein. Das ist echt dramatisch, ne? Oh. Ja, so ist es richtig. Nein. Geht das hier noch bergauf, oder was? Oh Gott. Okay. Boah, ist das schwer. Okay, ich muss das super vorsichtig machen. Wir haben das mit der Kiste auch geschafft. Denken wir, dass die auch noch irgendwie hin. Nein, 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 nein. Du schaffst das, du schaffst das. Und da rein. Okay. So, und jetzt stand da nämlich, dass der den rüberwirft. Das heißt, ich muss mir gar nicht wirklich die Mühe geben. Äh, die Mühe machen. Was war das? Warte, ich gehe da sofort hin. Meine Schleife! Die ist schon wieder da hängen geblieben. Aber trotzdem schön. Schön, dass sie existiert. Noch. Äh, wo ist der Ball? Ähm, warte mal, wo ist der Ball? Ich sehe den gar nicht. Ball? Bin ich gerade blind? Dann hat er ihn vielleicht sogar hier hingeworfen. Das wäre natürlich wunderbar. Hä, warte mal, wo ist der Ball? Ich sehe den bestimmt einfach nur nicht. Der ist bestimmt hier irgendwo. Ich konnte halt gerade nicht aufpassen, weil ich gerade... Weiß ich nicht. Was habe ich denn gerade gemacht? Ich habe gerade eben was gemacht. Immer wieder lustig. Hä, bin ich jetzt... Achso, stimmt, ich bin durch das Ding gegangen. Also, ich habe jetzt... Ich musste ja sogar... Ich, äh... Ja, hier. Was haben wir denn hier? Oh, nein, nein, nein. Bleib schön da. Hm. Da ist er. Okay, boah, das ist aber super gemein. So ein Arsch. Ja, bitte noch ein bisschen lauter. Es ist noch nicht laut genug. Könntest du bitte nicht... Die sieht das doch. Die sieht das doch. Es ist nervenaufreibender als... Was weiß ich, als Life is Strange, als alles. Okay, jetzt bin ich einigermaßen... Safe. Ich muss das Tor machen. Ich muss das Tor machen. Okay. 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 Ja, ja. Mhm. 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 Okay. Also, diese Sachen haben wir alle erledigt. Wir müssten jetzt halt noch die schnellen Aufgaben, die ich ganz furchtbar finde, erledigen. Da bin ich schon wieder ein bisschen aufgestößt, Lichelö. Und, äh, beim Gärtner kriegen wir vielleicht irgendwie hin. Ich muss, äh, alles auf jeden Fall resetten. Ähm. Bei der Straße, glaube ich, kriegen wir auf keinen Fall hin, weil mir ist gerade eingefallen, ich muss ja in diesem Fernseher lernen. Obwohl, das habe ich hier gerade... Ich muss das mit dem Schirm ja nicht mehr machen, ne? Sechs Minuten haben wir laut Internet für alles Zeit. Und ich, äh, bin aber immer noch drauf und dran, zu sagen, das machen wir dann doch eher in den Stream. Wäre wahrscheinlich für den einen oder anderen doch sehr amüsant. Ja. Die schnellen Aufgaben, ne? Boah, ey. So, und jetzt machen wir nämlich hier. Zurücksetzen. Jupp. Neue Seiten für Aufgabenlisten. Sechs Minuten übrig. Oh Gott. So, geh in den Garten. Ist aber doof, dass ich das jetzt halt nicht sofort sehe. Okay, wir konnten auch theoretisch da rein. Mach den Gärtner nass. Klau den Gärtner seinen Schlüssel. Bring den Gärtner dazu, seinen Sonnenhut zu tragen. Muss ich wirklich alle Aufgaben machen. Boah, nee, ey. Uiuiui. Boah, ist doch voll übertrieben einfach. Warte. Spring auf die Picknick-Decke. Sandwich, Apfel, Kürbis. Boah, ich will es eigentlich nicht mal probieren, weil ich ganz genau weiß, das wird eine Katastrophe werden. Marmelade war da noch, ne? Marmelade, Karotte, Thermoskanne. Boah, nee, das wird so krass. Boah, das wird einfach zu krass. Entschuldigung. Ich glaube nicht, dass ich das schaffe. So, Karotte und Kürbis. Äh, Karotte und Thermoskanne. Sechs Minuten, ey. Nee. Warte mal. Nee, nee, brauchst du gar nicht zu gucken. Ich hätte vielleicht am Anfang schon direkt aussperren sollen. Na, na, na. Oh. Oh, fuck. Ich kann hier ja gar nicht drüber. Wop. Wop. Oh, nein. Komm. Ah, ja. Oh, Gott. Das, das hapert, das, das hapert. Das scheitert schon hier dran. Oh, guten Tag. Nee. Okay. Das hier können wir im Stream machen. Ich mach das jetzt nicht mehr. Ich mach das, ich mach da jetzt nicht nur meine extra Aufnahme für. Morgen sitze ich hier wieder. Nein, ähm, ich, ich bin aber an sich jetzt erstmal echt super happy, ne? Dass wir diese zusätzlichen Aufgaben wirklich alle noch gemacht haben. Und, äh, ja. Scheiße, diese Aufgaben schnell, ey. Die machen mich echt fertig. Auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ich jetzt im Stream spiele, und ich glaube, das werden wir, dann werde ich die Folgen selbstverständlich auch auf YouTube hochladen. Und, ähm, ihr könnt mir ja trotzdem schreiben, ob ihr die irgendwie geschnitten... Obwohl, bringt gar nichts. Obwohl, wenn ich, wenn ich die Aufgaben irgendwie schnell hintereinander mache, und ich hab jetzt sechs Minuten pro Aufgabe, und ich mach, sagen wir mal, die erste Aufgabe ungefähr 50 Mal, dann sollte ich die natürlich schon schneiden. Aber, äh, ja. Wie gesagt, wenn ich sie im Stream spiele, dann kommen die auf jeden Fall auch auf YouTube. Und jetzt würde ich gerne auf YouTube auch mal so ein bisschen wieder so einen Mischmasch haben. Ein paar andere Projekte und sowas alles. Und, äh, ich hoffe, es wird noch weitere Level geben. Und ich hoffe, dass es vielleicht sogar irgendwann so ein, ja, so einen eigenen Level-Editor geben wird. Also, Level bauen? Wahrscheinlich nicht. Aber dass man so ein paar Gegenstände irgendwie anders hinstellen kann. Und dann sagen kann, hey, ähm, hol, hol die Tomate und, äh, oder, oder bring jemanden dazu, auf der, auf der Banane auszurutschen. Irgendwelche, irgendwie solche Sachen. Da hätte ich voll Bock drauf, tatsächlich. Da hätte ich auch voll Bock drauf, Sachen zu erstellen, halt. Ich hoffe, die sehen das, äh, die Entwickler, die, äh, sehen ja, ach scheiße, die Leute, das ist ja, die Leute haben es ja alles schon durch, die wollen bestimmt noch was. Boah, ich bin jetzt ziemlich müde, deswegen rede ich gerade sehr viel Quatsch. Ja, dann, äh, vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal.